Wir haben ja einen Kita-Platz gehabt für unsere große Tochter, dann ist der Gedanke gereift, es wäre doch super selber was auf die Beine zu stellen. Krimskramskritz, ich bin bisher noch kinderlos. Ich habe keine Freundin, ich bin schwul. Wir haben noch keine Kinder, wie gerade gesagt, aber das wird. Zum Beispiel mit einer Samuspende. Malte möchte zum Beispiel ein Kind. Hier ist fett und schwul. Was? Bist du schwanger? Ich bin schwanger. Ich habe mit Anita geschlafen. Siehst du, was du angerichtet hast, Nina? Ist alles deine Scheiße. Anita, du fehlst mir. Und wenn das kleine Würmel nicht für mir ist, dann egal. Wir kümmern uns darum und ich liebe dich. Du schmeißt mir unseren Ehering nach hinten. Also das heißt, es ist jetzt vorbei. Was ist denn eigentlich der Vater von ihr? Du bist ein erfolgloser Schauspieler und ich eine erfolgreiche Musikproduzentin. Und zusammen machen wir einen Hit. Wir dürfen alles. Ich wollte nur, dass du da bist. Du hast mich doch ein paar Mal schon gefragt, warum ich jetzt da bin, diesen Film mit dir machen. Es ist nicht gerade so, als ob ich noch sehr viel Zeit dafür hätte. Ich habe Krebs. Es könnte ganz vielleicht so sein, dass Janos nicht der Papa ist. Wer soll das sein? Wer ist das bitte? Björn? Arbeit. Ihr seid alles. Bitte habt ihr, Mohin? Deswegen bin ich.